Ich meine, die meisten kennen ihn ja. Wo ist denn der Tannenbaum? Den habe ich dann erst irgendwo gesehen. Da ist der Tannenbaum. Lieber Tannenbaum, hörst du mich? Er sieht mich. Nein, er sieht mich nicht. Tannenbäume können nicht hören. Hallo Tannenbaum. Hallo, hallo. Ja, mach mal ein bisschen Pyrotechnik hier oder irgendwas Konfetti. Ja, schön auf seine Currywurst drauf. Wunderbar. Was soll's? Die schmeckt auch gut mit Papierschnipseln. Ja, erstmal ein Applaus für unseren Tannenbaum. Ja, der hier wirklich... Großer Applaus! Jeden Tag macht er hier eine große Show und Sie sind jeden Tag natürlich willkommen hier auf dem Gendarmenmarkt. Und er reißt das hier richtig runter. Ja, das sind hier... Es sind keine Zuckerstangen, meine Damen und Herren. Ja, nicht dran lecken. Ja. Und schön weit weg von den Sachen halten, weil sonst gibt's Flecken bei den Nachbarn und das wollen wir auch nicht. Ja, mit dem nächsten Titel... Ja, und nicht, dass Sie die mit nach Hause nimmst für Silvester, ja. Wie im letzten Jahr. Naja, die kennen wir alle, die Kandidaten. Das machen die immer so. So. Genau, Foto mit dem Weihnachtsbaum. Alle hier, nehmen doch was. Ja, gib doch einfach mal rein. Die verteilen das schon. Ja, gib mal ein paar Sachen. Aber passt wirklich auf, ja. Was wir jetzt hören, natürlich für dich, lieber Weihnachtsmann. Ja, ganz in Ruhe anzünden. Ich meine, ihr schlaft natürlich noch nicht, denke ich mir mal. Aber der nächste... Der nächste Titel, ich meine... Ein Knaller. Ein Knallertitel. Perzeder. Ja, Nessendormer kennt ihr bestimmt alle. Und wir haben gedacht, warum nicht hier heute auf dem Gendarmarkt Nessendormer. Ja, Nessendormer. Es, Nessendormer. Es, Nessendormer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Und wir sagen, oh, sole mio. 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 Steinkontiate. Steinkontiate. Ja, man muss gar nicht im sonnigen Italien sein. Nee, ja, Glühwein geht auf. Der Glühwein geht, mir stimmt das Wetter. Und ich muss sagen, die Leute sind auch in Italien jetzt auf, oder? Ja, stimmt. Na, was soll so noch bestens passieren? Glühwein geht, Glühwein geht immer. Und eine gute Party geht immer. Deswegen lasst uns ein bisschen weiter sehen. Glühwein geht, Glühwein geht, Glühwein geht. Glühwein geht.